Herzlich Willkommen zurück zu Let's Race Pokémon Silver. Jo, weiter geht's. So, wir kümmern uns jetzt mal um den Leuchtturm. Na, auf die Seite da. Wir werden hier jetzt mal das Magnetilo ein bisschen trainieren. Denn so'n Donner-Pokémon kann ich schon gut gebrauchen, denk ich. So, den hatten wir auch schon. Du hast Power, bla bla bla. Nein, 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 nein. Aufwärm mit dem Mist. So. Passt ja perfekt aufs Magnetilo. So. 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 Läuft ja ganz gut. Zuerst bringen wir das so mal auf Level 25 sowas, damit wir ungefähr mit den anderen zirka gleichziehen. Und der nächste. Oh, ein Feuer-Pokémon. Kommen wir schon hin. Stopp, stopp, stopp. Donnershock, nein, okay, passt. Okay, dann gehen wir mal auf Muggel bauen, damit das auch was davon hat. So ein Vollidiot. So, gehen wir wieder auf Muggel bauen, damit das auch was davon hat. So, was machen wir, so ein Steinwurf. So, einen Trank müsste ich auch noch dabei haben, das reicht fürs erste, für Magnetilo. Gut, und weiter geht's. So, das wird ja auch schon da gehen. So, das wird ja auch schon da gehen. So, das wird ja auch schon da gehen. So, schauen wir mal, was du wenigstens zu bieten hast. Und Krabby. Ach, kein Tackle. Ich glaube, ich mache jetzt Sonnerschock mal nach oben. Ist wahrscheinlich die Attacke, die ich jetzt im Moment am meisten benutzen werde. So, wieder ein Krabby. Natürlich bleibst du drin. Okay, Select. So. Nein, noch. Ach, komm. Jetzt geht die Taste nicht, oder was? Verdammt. Na toll. Wenn er dann darf... Mal... Ja, möglich. Das schafft er schon. Fußkick. Okay. Der Sternwolf sollte ja nicht so viel bringen. Echt? Okay. So, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Okay. Dein Magnetilo soll hier noch ein bisschen leveln. Das macht im Moment nichts aus, denn ich weiß, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Da macht so ein kleiner Gang ins Pokémon Center auch nicht mehr viel aus. Zumindest im Moment nicht. Zumindest im Moment nicht. Da könnte natürlich auch irgendein Fehler passieren und dann... Ja. Schauen wir mal. ... So, dann der hier. So, dann der hier. Hm, hibituck. Hm, zieht mich auch nicht von mir ab. Ja komm, reicht jetzt. Gewinnst ja eh nicht. Ja, Level 20. Ich will ja nicht mal was lernen. Ach. Sehr gut. Hm. Oh, ein Sonderbonbon. Gut. Gibt's hier vielleicht noch einen Trainer? Nö. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Oder? Nö. Schmarrn. Oder? Ähm. Äh, genau. Wir müssen hier runter und dann... Hier. Da runter. Ein Quapuzzi. Jo. Oh. Naja, okay. Zieht ja kaum was ab. So, ein Äther. So, der Typ noch. Oh, ein Macholo. Da setz ich mal das Taboga ein. Okay. Und Windstoß. Und hier reicht ein Ruckzuckip. Donnerwelle. Nö. Nö. Kann ich nicht gebrauchen. Nö. Obwohl. Ähm. Was haben ich noch? Superschall. Nö. Superschall. Weg damit. So, was hat er noch ein bisschen? Ja, da kann dann Magnetilo wieder ran. Hm. 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 No, ei. Oh, foi. So, was hat man ran. Mähen wo ihre Hab beasts, esiedade sich jetzt will ich mal rein genug. Oh, war es ist nicht so schade. Oh, war es ist auch ein Mal? Ahh. Okay, wies ich habe es zer 나오면.